ich merke das nicht immer schnell eine krawatte binden aber wie ich zeige euch das mal aus der sicht deswegen der das knoten muss in das kurze ende lege das lange ende drüber schlage das lange ende hier einmal ein und ziehe den knoten erst mal richtig fest dann schlage ich das ende hier drüber und ziehe es hier durch dann habe ich den doppelten knoten und schon ist der krawatten knoten fertig das ganze sieht dann halt so aus und ein guter krawatten knoten löst sich halt auf und wer eine krawatte mit auf reisen nimmt der schlägt sie halt so ein kann sie so wunderbar im gepäck verstauen ohne dass sie schmutzig wird und ohne dass sie knickt